Jo Freunde, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen. Heute ist hier der Ehrenbruder Toxic am Start. Ne, Tonix. Ich habe Toxic und Tonix in meiner Freundschaftsliste. Hier ist der Tonix. Ähm, moin. Ich nehme hier einmal Darü. Du solltest Sprout nehmen und an mir die Ult aufladen. Ja, und das sollst du gleich machen. Wenn ich 10 Kübes habe, dann geht die wieder kaputt. Du lädst immer wieder auf. Und dann machst du, wenn ich 10 Kübes habe, zu. Weil ich habe das leider nicht zugekriegt. Deswegen musste ich das so machen. Aber ich habe ja zum Leben den ehrenlichen Toxic. Der wird nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Ey! Toxic? Aufhören. Und jetzt kann man einfach darüber surfen. Und wenn man keinen Sprout hat, dann ist man jetzt einfach erledigt. Also, keine Chance. Danke an Toxic. Und ja, das war's. Ciao, ciao.